Zugriff in den frühen Morgenstunden. Zeitgleich schlagen die Ermittler in 10 Bundesländern zu. Aufnahmen aus dem Örtchen Jamel in Mecklenburg-Vorpommern. 500 Polizeibeamte durchsuchen mindestens 28 Wohnungen von Führungsfiguren der neonazistischen Gruppe Hammerskins. In NRW wurde ein Objekt in Wetter durchsucht, ebenso wie in Bochum, Düsseldorf und Goch, erklärt Innenminister Herbert Reul. Wir wollen damit dieser Gruppe jegliche Grundlage entziehen. Bislang wurden nach unseren Erkenntnissen Vielfaches Beweismaterial sichergestellt. Vereinsbatches, Hakenkreuz, Vereinsfahren, Schlagringe, IT-Technik. Die weltweit aktiven Hammerskins verstehen sich als Elite unter den Neonazis. In Deutschland gelten sie als extrem verschwiegen. Es gibt so gut wie keine Fernsehaufnahmen von ihnen. Auf 130 bis 200 Mitglieder wird der straff organisierte Verein geschätzt. Bekannt ist, sie veranstalten Rechtsrock-Konzerte und Kampfkunstveranstaltungen. Fachleute vermuten, dass sie damit weite Teile der rechtsextremen Szene finanzieren. Außerdem nehmen Mitglieder und Anwärter der Hammerskins Deutschland in der Vergangenheit immer wieder an Schieß- und Waffentrainingsteil. Und das wurde dann in sozialen Medien auch groß zur Schau gestellt. Man kann nur spekulieren, worauf man sich da wohl vorbereitet hat. Mit einem Vereinsverbot ist nicht das rechtsextreme Gedankengut der Hammerskins verschwunden. Experten rechnen damit, dass die sich in neuen Gruppen organisieren werden. Ja, darüber würde ich gerne sprechen, über die umfangreiche WDR-NDR-Recherche mit Arndt Henze. Er war beteiligt. Wer sind die Hammerskins? Was macht sie so gefährlich nochmal? Sie gehören seit vielen Jahren zum ganz harten Kern der gewaltaffinen Neonazi-Szene in Deutschland. Und ihre Gefährlichkeit ergibt sich vor allem aus zwei Faktoren. Das eine ist, sie wirken in Bereichen, die für die Rekrutierung neuer aktiver rechtsextremer Aktivisten sehr wichtig sind. Das eine ist die Rechtsrock-Szene und das andere sind die Kampfsport-Event wie früher, der Kampf der Nibelungen. Das heißt, sie erreichen dort Menschen über diese sehr brutale, sehr, sehr aggressive Musik des Rechtsrocks und versuchen sie dann in Strukturen natürlich auch einzubinden, mit denen sie vernetzt sind, diese Hammerskins. Nicht alles wird von ihnen unmittelbar selber veranstaltet, aber sie haben auch hinter den Kulessen da sehr, sehr viel Einfluss. Und der zweite Faktor ist die internationale Verflechtung. Sie sind ein Ableger der US-Hammerskins. Und wenn man sieht, wie sich die politische Situation und auch die Gewaltbereitschaft der Rechtsextremen in den USA in den letzten Jahren radikalisiert hat, dann lässt das auch für Deutschland nichts Gutes erahnen. Jetzt sind diese Strukturen lang gewachsen. Du hast es gesagt, die Hammerskins, die könnten sich mit neuen Namen geben, einfach weitermachen. Was bringt also genau dieses Verbot von heute? Ja, zum Ersten bringt es natürlich erstmal eine Zerschlagung der vorhandenen Strukturen. Da wird jetzt ganz, ganz viel auch möglicherweise auch an Besitz dieses Vereins beschlagnahmt. Da wird hoffentlich auch sehr viel an Geldern beschlagnahmt. Natürlich können die sich noch organisieren. Sie sind ja zum Teil auch stärker geworden, als diese Organisation Blood and Honor vor einigen Jahren verboten wurde. Da haben sie dann natürlich auch aus der Erbmasse diese Organisation da etwas mitnehmen können. Auf der anderen Seite, wenn man die jetzt einmal unter Kontrolle hat, wenn man sie einmal im Blick hat, ist es natürlich schwerer, dass die sich in dieser ganz klandestinen Form neu organisieren können. Und das wird sie erstmal sozusagen zurückwerfen in ihrer Geschlossenheit, die sie bisher hatten. Danke schön für diese Einblicke. Danke. 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 Danke.